hallo und willkommen zurück zu super mario kart klein bowser nach langer 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 wartezeit hat sich so ergeben deswegen würden wir auch uns nicht großartig aufhalten einfach gleich mitten rein gehen wo dieser pokal kommt weiß ich auch nicht gespielt habe ich einmal habe ich versucht seitdem da hat mit der aufnahme gar nicht geklappt also von der technik her so weiter und deswegen scheitert und ich hab's ich glaube ja ja ich bin bis zur bin ich bis zur rainbow gekommen es ist ein spielungs fahrzeit die weg glücklicherweise geschafft nichts geschmissen nach mir gehst du weg fährst du außen rum fährst du innen rum da ist ein bach geh weg lucky du ich hoffe das ohne dich so halbwegs schaff ich das ohne dich der pilz war super sollte ich hier benutzen oder hier ohne gegner fahr ich besser bessere stadtposition irgendwie schaff ich es noch so nächstes joshi krieg ich oder blitz nein nein schade ich komme näher haha dich habe ich eingesackt blitz Es wird vielleicht meine Chancen noch werden können, vielleicht noch aufzuholen, aber... Ein guter Start für... Sag ich doch, ich hätte sie noch gekriegt, ich hätte nicht mehr noch wieder gewonnen. Ja, ähm... Über einen Monat nicht gefahren? Bing! Ihhh, jetzt kann ich überfahren werden. Ihhh! Ähm... Ha-ha! Seidwann hört sich... Seidwann hört sich... Seidwann hört sich tot so... Wie ein Diesel an. Das hat mir leichte Respekt eingeflößt. Naja... E-Mail nicht überfahren worden. Jaaaa, das ist die beste Runde, wenn ich über die Kurve komme, ohne überfahren zu werden. Ohne ihnen blöden Mauloth reinzurasen. Höh! Höh! Nein, 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 nein! Bleh! Ja, der Bowser ist zu langsam, dass er da irgendwie... in die Pötte kommen könnte. In die Pötte kommen könnte. Instant aufgehalten. Ich glaube, das wird auch nichts. Aber wir wollen ja unsere Hoffnung nicht verlieren. Mit einem roten Panzer können wir noch viel reißen. Waaah! Geht das eher in die Kurve. Waaah! Hm? Wo will ich den überholen? Waaah! Fahr doch gleich so von Anfang an. Waaah! 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 Geht hin! Einen halben Moment glanz und Gloria! Waa! Waa! Was geht!? Waa! 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 Nein, 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 nein. Geht weg. Nein. Zieh, Kleider Bowser. Zieh, Kleider Bowser. Warum sind die plötzlich so langsam? Jupp. Babsäcke. Jetzt schleicht er. Ich finde das immer so gemein. Waa, 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 waa. Das ist doch irgendwas Impa-mäßiges. Nyaaah. Ffff. Nyaaah. 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 Also ich sehe gerade nur so schlimm aus, weil... meine Nerven. Nyaaah. 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 Ah, das war so schwiii... Bahaha. Fangen wir mal von hinten an. Se... Die sind ja schon in einer Runde. Treffe ich jemanden. Da fangst du. Mein Daumen tut jetzt schon weh. Aber ich brauche zwei Runden, um aufzuholen. Tö, der fährt drüber. Ich hätte mir vielleicht den Stern für die letzte Runde aufheben sollen. Wenn man ganz rechts reinfährt, kommt man ein bisschen früher als die Gegner ins Ziel. Aber, ja. Ich bin leider zu schlecht gefahren. Nach einmal überfahren in der ersten Runde kam ich nicht mehr hin. Aber ich habe es überlebt. Es ist mehr, als ich das letzte Mal geschafft habe. Nein, nein. Meine Lieblings-Map. Aber nicht als Bowser. Nicht klein. Du klebst da an mir wie an... Wie soll ich denn euch loskriegen? Seid ihr immer noch direkt hinter mir? Ah, mein Daumen tut wirklich weh. Gott, bin ich froh, dass ich diesen Pfeiler wische. Au, 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 au. Du, Buzzard! Habe ich mir Angst gemacht! Nein! Wuh, das war knapp. Ich dachte eben, ich war es gegen die Wand. Warum zieht er ich so? Au, 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 au. Unerreichbar für meine Gegner. Keine Chance. Unerreichbar. Unbesiegbar. Einfach nur, gut. De-de-de-de-de-de-de-de-deo. Ich wollte gerade ausholen, so wie damals, als ich klein war, muss ich nur durch die erste Runde kommen in den Special Cup. Und der Rest war eigentlich gar kein Problem. Also, das hieß so, Rainbow Road hat eh immer meistens Spaß gemacht. Und ansonsten war... Gehst du! Weg, du Hampelmann! Oh, er ist direkt hinter mir. Fahren wir mal langsamer. Ach, nö. Stern! Das hebe ich mir eiskalt auf. Wenn ich jemand gerade überfahren möchte. Boah, boah, boah! Okay. Boah! Da habe ich Stern und kriege einen Blick. Da habe ich einen Stern und kriege einen Blitz. Was mache ich? Vereiskalt runter. Ah! Gebe, gebe, gebleah! Ich könnte mich beißen. Das wäre sicherer erster Platz geworden. Auf vierter, äh, fünfter Stelle einen Stern gekriegt. Damit habe ich jetzt ganz gerechnet. Ich habe doch... Geh, du... Du blöder Stein zum zweiten Mal! Ich gucke mal so links, weil... Das sind alle meine Anzeigen. Ob irgendwas läuft, da bin ich auf dem zweiten Bildschirm. Bin... Wo kommt... Wo kommt... Ich wohne doch nicht mehr. Früher bin ich als absichtlich in diese Steine gefahren, damit sie weg sind im späteren Spielverlauf. Oh Gott, das ist doch ein Geschenk, oder? Du blöder... Humblemann! Du schaffst das, Tobi! Du schaffst das! 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 Ja! Was muss ich das hier schaffen? Ich habe gehofft! Power-Start! Ende! Einfach fahren! Mann! Oh je! Ich raten müsste, fahren sie hier. Noch schaffbar! Noch schaffbar! Hauptsache ich kriege keinen Stern. Oh, Junge! Eine Feder! Oh, ho, 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 ho. Oh, das... Geht mir tot besser. War ein Versuch. Ich habe das Ding eigentlich gar nicht berührt. Was? Wo berühre ich dich? Spin ich oder was? Mir klappt das wirklich besser. Mist! Hätte ich jetzt das eine Leben noch... Nochmal drüber! Ja, das war's. Ihr seht, das ist mein erster Versuch. Seit langem wieder besser gelaufen, als ich dachte. Trotzdem fail! Das sag ich mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!